Wenn man auf Klassenfahrt merkt, dass man im Loserzimmer ist. Jungs, was meint ihr? Wird das eine leise Klassenfahrt? Definitiv, es gibt ja ein paar richtig coole Museen um die Ecke. Ja, das habe ich nicht unbedingt gemeint. Wir könnten aber auch Klopfstreiche über den Mädchen machen. Was hat man doch in der Grundschule gemacht? Oder wir tauschen unsere Klamotten und gucken, was passiert. Warum zur Hölle sollten wir das tun? Ja, oder wir gehen einfach früh ins Bett und sind morgen zur Wandwanderung ausgeschlafen. Ich möchte das Wort ausgeschlafen nicht nochmal hören. Dann bin ich raus. Was machst du mit dem Handzug? Ich baue mir eine Schlafhöhle. Freddy, Bus bauen. Ich weiß nicht, was das ist. Scheiße, Mann, was ist los mit euch? Was ist mit dir? Ich bin voll drauf, Bro. Wir können uns doch einfach Verstecken spielen. Nackt. Ich möchte einfach ein neues Zimmer kriegen. Dann meldet das Frau Obentraut, ich möchte hier in Ruhe schlafen. Ich bin jetzt auch in deiner Höhle. Oh Gott, Jungs.